Hallo Leute, ich freue mich heute besonders, denn ich habe auf dem YouTube-Kanal den fünftausendsten Abonnenten dazu bekommen. So freue ich mich natürlich über jeden neuen Zuschauer, aber auch über Leute, die schon lange dabei sind und regelmäßig meine Videos verfolgen. So wollte ich diesmal zum Anlass nehmen, allen zu danken und möchte hier eine Kleinigkeit verschenken. Ich habe hier einen Schraubenzieher mit Ratschenfunktion, einen Flaschenöffner und ein kleines Päckchen Schrauben. Dies würde ich gerne abgeben und wie ich mir das vorgestellt habe, steht unten in der Beschreibung. So können alle, die damit einverstanden sind, einen Kommentar in der Kommentarfunktion abgeben und ich werde am Ende des Zeitraums über eine Software einen zufälligen aussuchen und dem dann das Paket zuschicken, nachdem er mir seine Adresse geschickt hat. Also, ich würde mich freuen, wenn viele mitmachen und natürlich hoffe ich, dass ihr weiterhin dabei bleibt. Also, bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!